3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie für Millionen Rentner. Ist das möglich? Ist eine Zahlung machbar? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Energiekosten und die Inflation steigen auf Rekordwerte. Das ist ja bekannt. In der gesamten Eurozone lag die Inflation bereinigt Ende November 2022 bei über 10%. Das sind Wahnsinnswerte. Viel Geld, was monatlich Millionen Rentnern an Kaufkraft fehlt. Ein kleiner Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten gab es ja am 7.12.2022 in Form der Energiepreispauschale nach dem RENT-EPBG. Da gab es also für rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner schon eine erste Zahlung. Aber die Energiepreispauschale für Rentner hat nichts mit der Inflationsausgleichsprämie zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Um den Nachteil der hohen Inflation auszugleichen, hat der bundesdeutsche Gesetzgeber beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern in freiwilliger Form eine Inflationsausgleichsprämie bis zu 3.000 Euro zahlen können. Geregelt ist das im § 3 Nr. 11c Einkommenssteuergesetz. Auf dem ersten Blick sozusagen nichts, was Rentner betreffen könnte, aber wirklich nur auf den ersten Blick. Arbeitgeber können auch gesetzlichen Rentenempfängern diese Form des Ausgleichs der inflationsbedingten Nachteile zahlen. Und das geht sogar relativ einfach. Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern die sogenannte IAP-Inflationsausgleichsprämie bis zu einem Betrag von 3.000 Euro in der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum 31.12. 2024 steuer- und sozialabgabenfrei gewähren. Schon mal ein großer Vorteil. Wer als Rentner im Jahr 2022 ab dem 26.10.2022 in einem Arbeitsverhältnis neben der gesetzlichen Rente steht, sei es Voll- oder Teilzeit, als kurzfristig Beschäftigter oder als Minijobber, kann von seinem Arbeitgeber steuer- und abgabenfrei diese IAP-Inflationsausgleichsprämie erhalten. Entweder als Einmalbetrag, 3.000 Euro, oder monatlich in einer gewählten Höhe, die der Arbeitgeber festlegt. Die Inflationsausgleichsprämie unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt. Sie wird nicht an die Rente als hinzuverdient angerechnet, weil sie nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung kein Arbeitslohn im Sinne des § 14 SGB IV ist. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben sich aus der IAP im Wesentlichen zwei große Vorteile. Zum einen ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie für beide Seiten steuer- und abgabenfrei. Die Leistung kann entweder als Geld- oder als Sachleistung erfolgen, also entweder als Zahlung oder als Sachleistung. Finde ich, ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Zum anderen ist die Zahlung der IAP, egal in welcher Form, auch ein Ausdruck der Solidarität untereinander und des Zusammenhalts im Team, im Arbeitsteam und der Anerkennung des Arbeitnehmers für dessen Loyalität und Leistung in der aktuellen schweren Krise durch den Arbeitgeber. Auch wenn es nur monatlich 50 Euro wären, die der Arbeitgeber an seinen Arbeitnehmer als Inflationsausgleichsprämie zahlen würde, würde die Bindung an das Unternehmen deutlich erhöhen und auch die Loyalität des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Ich finde, das ist keine schlechte Sache. Die Zahlung der IAP ist eine rein freiwillige Leistung durch den Arbeitgeber, außer wenn es tarifvertraglich unterlegte Ansprüche für den Arbeitnehmer gibt. Es gibt schon die ersten Tarifverträge, die das regeln, dass Arbeitnehmer bis zu 3.000 Euro Rechtsanspruch auf diese Inflationsausgleichsprämie haben. Rentner freuen sich sicher, wenn ihr Arbeitgeber, auch wenn es nur im Minijob-Verhältnis sind, monatlich ein paar Euro Steuern abkampenfrei obendrauf packen. Erste Rückläufe, die ich via Mail erhalten habe, haben gezeigt, dass sich Rentner als Arbeitnehmer sehr, sehr froh und dankbar gezeigt haben, dass ihr Arbeitgeber eine monatlich kleine Zahlung als Inflationsausgleichsprämie auf den laufenden Minijob-Lohn oder SV-pflichtigen Lohn obendrauf gepackt haben. Ich selbst habe mein Team von Rentenbescheid24.de bestehend aus acht Angestellten im Dezember 2022 erstmals eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Ich habe damit auch meine Wertschätzung für den Einsatz meiner Kollegen in der Krise zum Zusammenhalt unseres Unternehmens zum Ausdruck gebracht. Ein kleines Dankeschön sozusagen. Und ich war natürlich auch erfreut über das Staunen in den Gesichtern der Kollegen, dass das Geld schon auf deren Konten angelangt ist. Ich habe daher eine kleine Bitte an Sie, an alle Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Lande. Soweit es Ihnen finanziell möglich ist, zahlen Sie auch die Inflationsausgleichsprämie. Sie müssen ja nicht gleich 3.000 Euro mit einmal zahlen. Es reicht ja aus, wenn Sie in der Zeit vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024, also über zwei Jahre, haben Sie da Zeit, in monatlich kleineren Beträgen diese IAP an Ihren Mitarbeitern auszahlen, soweit es Ihnen selbstverständlich finanziell möglich erscheint. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.